der dahinter sind alle inkompetenten können nicht mehr flack umgehen oder so der Bombe ergeben ist so auf die Nüsse der Donnerstag ich habe uns beide getötet der rechte Fakt ist angerechnet sein eigener und ja auch weiter und weiter ja ich habe ich will das Volk er ist ganz klar und übrigens hat den Nachbarpunkt welchen denn grüßelungen 2 ja ich habe gespielt mit vier leuten rein jo ist komm durch ja ich ziehe ich hier fest alter jo alter ich konnte es den typ einfach nicht treffen ah da ist er war perfekt über das Zielfeld ey ich geh jetzt auf oh ich bin auch noch mal schneller mann eigentlich geht es nicht nur ich bleibe bei dem Gewehr ich verliere jetzt einfach ist mir scheißegal ich bin die Runde richtig beschissen ist mir fuck egal ich bin jetzt auch hier gespawnt jetzt höre mich ab futur da hockt einer in der Fabrik drin ja da hockt zu fünf für in der Fabrik drin einschweigen ja wir stehen hier da los hol mich ab ja nein bach 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 ok ich nehme den Eingang oh oh da hockt einer den hole ich mir schluss ich hätte mich nicht gewöhnt hinter euch geht er auf das platz doch was sind uns ja da ist ein fahrzeug wenn ich so desto wo das nach jahr hoch rein machbar das eine schülle fixe ja und obel treff aus ist gerade auch einer gerannt und ich habe futur aber ich muss das fahrzeug holen ich hab dir da drin die ganze zeit weißt du die ganze zeit drauf gehalten ich kriege einen Treffer und der Rest so ungeblich daneben gewesen sein und ich habe ein paar so viel nicht geändert ich bin so ein Idiot es ist ausgeschieden was war er auf mich ich habe es ist es war er sie machen ich habe er eben nicht viele gepätscht werden der ist eben nicht ausgestiegen da hinten ist eine Sache wenn sie da wo da rechtlich rechts sehr wohl rechts ich sehe da ist doch irgendwo fahrzeug direkt vor uns rechts da ich steig aus über euch seit dem haus hockt auch übrigens einer im ersten Stocke fest aber der ist da und da ich hole mir das Auto komm das Auto ist besser als unseres es brennt nicht so schnell das ist die größere Kanone drauf doch okay ich lege mich jetzt hin jetzt reicht es darum sich die Leute nicht man kann sie ja hinlegen boah ja mit Z nein mit alt links weil ich es umgelegt habe weil Z beschissen ist ich habe aber auf Y-Z war oh man und ich werde schon wieder vor der Zeit oh man fickt ihr euch einfach immer einer hinter mir die Kanone ist besser oder ja darf ich eigentlich auch irgendwann mal mitfahren ich bin schon wieder neben euch und die Fahrt vorbei ach so da ist einer vor dir ist ja der hat mich was zu kaufen ja Sven was kannst du verlässt den Punkt ich soll da ihr den Punkt natürlich hier die ganze Zeit du kannst ja gar nichts ich war doch nie die Punkt drin um genau zu sein natürlich bis zum Punkt Rinala nein ich war doch nie im Punkt mit zwei dritten du bist so ein Punkt in der Landschaft also ich glaube ich mir lassen echt das wenn ich bin dafür dass man es wird Sven ausschließt nicht so oder nicht er kann nicht ihr lasst mich ja auch nie wird nichts naja ohne Scheiße ich habe nichts Kanzler das ist oder Alter da hoffen sie noch in dem brennenden Fahrzeug die hocken in dem Fahrzeug noch ja aber kommt keiner auf die Weg zu machen wir verlieren übrigens gleich nein verlieren wir nicht doch weil gerade eben waren sie dabei B2 und B3 zu capturen das heißt sie haben gleich den ersten von den zwei wichtigen aber um das war einsteigen möchtest du auch noch einsteigen oder oder irgendwie ausführt aus der Hölle nein hallo er hat immer oder so ich will ich will dir gucken ich höre nur dass du stirbst ja macht das Auto jetzt hier weg es ist ja furchtbar Amort tut's sick noch Granate so wir fahren jetzt halt jetzt gerade mit dem Bergkopf noch keine Granate werfen nein voll normal das das sind das zwei Leute auf dem Fahrrad hocken und im Bergkopf auf dem Fahrrad dann noch am besten im Bergkopf ja natürlich wir sind oben da war einer da unten der ist die Tür genau hier irgendwie wo ist nicht zu glauben das ist nichts gewesen in der Tür ist aber auch einer er kann sagen wie das der erst die Tür weg Markus können wir bootkicks hier machen da ich bin tot Markus Zielfahrt rost einfach irgendwo hinter dir im Gebüsch ach du scheiße das ist eine präzise Ortsangabe irgendwo hinter dir ja ich wollte sich das in Richtung der Schiff ab und hinter dir ist ein Wald mit dem Zweiter was soll ich das sagen links ist Wald vor uns ist Wald rechts fahrt aber das war ein Gewehr das war kein Gewehr das war kein Gewehr naja ich bei dir ich habe mich immer nur gegen Sleiport Bomber die Gewehrleute verliert ich bin reingegangen oh oh Alter du läuft aus dem Bord aus dem Bord aus dem Bord die Schiefer der Satz Bord rein war ja auch schon ich bin ich würde drohten Leben gesporen einfach das ist halt nichts doch auf der Dach haben wir eine Flak darum schießt die nicht durch den Scheißbomber wo der Bomber an der B3 die Luftgeherr ich weiß das ist wir können sie mal das war mittendrin ja aber ich war nicht sichtbar ich bin ich werde von aber ich bin tot ja die kämpfen ja auch überall und ich bin tot wixer aber auch noch derselbe der uns beide weggeholt hat irgendwo da drüben im Gebüsch hockt schon wieder einer mit einem Gewehr und stimmt da oben auf dem Dach ist eindeutig eine Flak nö hab ich doch gesagt ja aber ich glaub dir nicht alles gut da ist ein Moped so okay ich fahr jetzt Fahrrad ist mir scheißegal ob ich dabei sterbe wie immer halt weil ich sterbe eh immer ich glaube ich finde ich das Let's Place die verschiedensten Arten zu sterben 1000 1 Million Weight Diele in Döö in Döö in Dumpforsitz ich will nicht mehr wollen ich hab dann meistens auf dem Fahrrad ich werde schon wieder abgeschossen haben und die Preise gekauft schreibt LG-Richter wieder verdammt noch mal verfickte Scheiße hier rum ich mach jetzt einfach die ganze Zeit Fahrrad ich mach jetzt einfach die ganze Zeit Fahrrad das Motorrad und da ist denn dieser Hurensohn ja 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 ich hab keinen Bock mehr der Typ da unten hat mit dem Schnaumland gewählt mit einem Headshot über dreimal die Straße locker von der Distanz her gegeben das noch und ist einfach groß oder anvisiert er legt einen Abbruch Headshot und dann weiter okay ich weiß wo dieser Wichse ist mit dem Ziffernrohr okay jetzt wollte ich den weg holen der mich getötet hat jetzt hat er mich getötet er ist ja natürlich umgefallen dem Ort wobei Schuss sein Kopf berührt hätte ja jetzt ist da der Weg aufgeschossen da hinten an der Tür das war schon wieder einer mit das Leipack ey diese verschiedensten Arten zu sterben machen echt Spaß du sterbst du nicht auf verschiedene du sterbst du mal auf die Selber nein Sniper Romba Unfälle Angriffe von hinten Unfälle von oben Markus und ich erkenne wir uns aus ja genau wenn ihr alle möglichen Arten sterben sehen wollt müsst ihr auf meinen Kanal kommen und Markus und wenn ihr irgendwas sehen wollt wo wir irgendwelche Unfälle bauen und dabei ganz spektakulär stirbt bis ihr zu Futur geht genau so machen wir das das ist der Sinn dieses Projektes Achtung bei B3 rettet zwei Leute in dem Scheiß holzding rum und ich treffe sie einfach nicht oh komm also ich brauche euch zwei jetzt seid ihr bis B3 verteidigt jetzt es kommt drei Mann zu B2 es sind drei Mann bei B3 und die Capture ist gerade es ist schon rot ich bin auch gleich rot aber jetzt ich bin bei B3 und habe der Verbindeten abgeworfen bei der Kanate wenn ich nicht gut ist einer ist wieder hinten im Wald es kommt zu dir Sven ich habe keine Granaten ich habe keine Granaten ich habe keine Granaten weil ich habe eine Granate oh die haben nur 20 Sekunden weil sie B3 bekommen haben ich habe einen angeschossen oh das sind euch mit dort ich habe einen gekillt aber da hinten war noch welche wo wo ja bei dir so bei mir so ich bin die Capture B3 zurück ja und da war der Bombwagen wo hockt der genau über mir ja der ist gestorben warum auch immer sterbt mal einer von euch danke jetzt habe ich hier die verschiedene Pistole das ist natürlich jetzt so nice nicer nicer ich war ja es muss aber überleben ne ich geht's auf das verfuckte da ey da sind alle inkompetenten können nicht mit der Flak umgehen oder so der Bomber geht mir so auf die Nüsse aber so dermaßen und ich habe B3 im Alleingang wieder zurückgeholt und jetzt Leute habt ihr gesehen wie man einen Punkt Captured ey ich habe hier auch mit ihr oberth ne du weißt dass ich drei oder vier Leute weggeholt habe hier drinnen genau am Punkt bei der Heilstation gut halte ich habe keine Granaten du bist gleich drin du bist tot ja 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 du bist schon wieder ein Gegner hier bei B3 dritter jetzt keiner wird damit tritt man negativ kill wenn man mit der Flak einen von uns killt ja äh weiß ich nicht hey die Holzwand hinter mir und hab ich schon wieder den Arsch gerettet grad eh alter der der hockt in der Vierling Flak und macht Einzelschuss ja warum nicht das ist doch glaube ich das ist doch erlaubnis genug dass man auch schießt oder jetzt ist ja pur alter ich könnte mich so ein header geben ich glaub dahinter und sagt ja von rechts da hinter uns im Berg kommt wieder einer das war links ja ich habe ihn sogar markiert ich habe ihn markiert ja B3 ist wieder leider nein ich hab von hinten angegriffen nein mit Zielfeldrohr ins Freigeschopft und ich bin gestorben Respekt Respekt hast du jetzt jetzt sterbe ich schon von drei Treffen ja ich hab auch probiert wenn mich Leute schaffen mit einem Knieschuss zu töten dann haben sie meinen Respekt verdient naja Headshot ins Knie ne ja genau bei allen die das nicht verstehen ihr seid unterbemittelt ja erstmal die erstmal die Community blöd anmachen ja ich hab keinen Bock mehr nur wenn die so ne scheißliche Hand schauen ja ist ja nicht ja ist ja nicht unsere Sache ja die können ja auch einfach abschalten hier eben aber dann verpasst ihr was ja oh man ey ich hab keinen Bock mehr weißt du jetzt das Grage von Sven ich bin ein neid und warte ich bin ich glaube es besser so ich sollte nicht mehr spawnen denn das gibt's unserem Team nur unnötig die Methode ja wenn wir Glück haben hey das ist das ist die erste Map die wir gespielt haben sehe ich gerade eben das ist die Map aus unserer ersten Folge nur aus der anderen Richtung diesmal ja ha ey ich tritt hier gerade alle oooh weg dich Bomber boah wie kann der nicht tun aber ich hab überlebt und jetzt hab ich den nächsten gekillt alter ok du gehst ab also wenn wir so weiter machen haben wir keine Respawns mehr gell unser Team warum wie viel haben wir noch 400 irgendwas ne 298 um genau zu sein oh jetzt wurde ich geholt von hinten Sven Warte ist das mitfahren ich bin großartig was ich darf er mitfahre du bist du ja da hinten aber du weißt das Wetter überfährt mich jetzt einfach ne du wirst weg jetzt mehr ab davor du musst aber schießen ne ne ja wenn ich klicke das seht und schieb ja 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 da wir mal wieder so nett weil der nur Fudur war der legt mein Auto auf das Stach was ist das war keine Absicht die scheiß Bodenwelle hinter uns hinter uns hinter uns hinter uns boah das war ein Bomber der ist hier den Boden direkt vor mir geknallt und explodiert das war kein Bomber das war das war das war das war oh warte ich werde schon wieder von dem Treiber abgeschossen also ich hab schon wieder so 2 HP ey ich bin tot ich bin auch schon rot ja und ich bin tot der liegt direkt hinter dem Baum hinter dem ersten Baum ja der erste Baum von mir aus zu sehen der erste Baum ja der werft mich grad mit Handgranaten ja du schießt ich hab ihn ja noch aber er hat mir Handgranaten reingewirkt oh man immer diese Unterbemittelten hier der muss zu sagen alter ja ich weiß du mit dem was ich zu tun mit deiner 1 100 oder so nein 3 25 alter was 3 25 alter Junge das ist das ist 10 wer als ich kur wir haben eh gleich gewollt oh man ich war aus dem Spot ah da da hockt der da hockt der Spacko oh ich bin tot du kommst einfach nicht mal aus dem Spot raus ohne dass du von dem Gewehr abgeschossen hast ich hab zwei Respons Amerika hat das Außenlager neutralisiert sie kann jetzt die Hauptpunkte angreifen direkt vor Ende des Spiels verlieren wir es noch ja wie letztes Mal ey wenn wir jetzt noch den U1 verlieren dann spreche ich euch direkt vor dem Gewerbe bei der Maschine bis zu der Fakulatzen mit schlicht zehn Minuten durch nur nichts anderes als ich bin ja schon wieder ich weiß auch das gleiche aber auch das ist das ist die einzige Mal wo ich die Maschine bis zu der Aufführung haben und er mit drei Kissen Serie gemacht wird er auch direkt die andere Zeit habe ich doch nicht viel gemacht doch die Alter was schluckt er sich ich halte jetzt hier irgendwas verliert nämlich einfach weil er was Maschine bis zu der Zeke war die nächste Aufnahme hat sich verschiedene Pistole gespielt weil das ist nicht mehr vertretbar was ich jetzt zusammengebaut dieses Gewähr ist einfach nicht meint ne Waffe er kann man nicht vertretbar was du machst haben wir müssen es ja warte ich möchte wieder zweitens noch von den Gebäuden dahinten weggeschossen komm schon wir müssen noch 50 Sekunden verteidigen da haben wir gewordert ey 50 Sekunden ich bin bei dir 40 Sekunden hinter euch hinter euch hinter euch hinter euch hinter euch dann mach weg ich kann nicht da ist nach hausfischen die und dem aber ich habe ihn im Ecke rettet sehen scheiß egal wir haben gewonnen ist mir jetzt Wurst 25 24 23 23 23 21 okay naja es langt nicht sonst hätten wir noch eine komplette Folge draus machen können also 2x 15 Minuten die Folge aber nicht nacht wie lange ist das machen wir dann noch eine nein eine 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 damit verabschieden wir uns mal langsam in 3 2 1 Sekunden ist immer das beste Punkt geschafft ich habe das erste Mal Deppelich der Reise geschaffen diese Kampfbewerbte die Strecke hat eine Klus vier Sterne ja auch vier Sterne ist ja bitte ich hier starte ich werde werde nein es hat sich die Aufnahme beendet und dass ich daraufhin habe ich gleich nicht so dumm war und damit würde ich sagen dass der Weg zu weit werden und war auch Schau Untertitelung des ZDF, 2020